Och man, was soll ich denn machen? In diesem Pack waren jetzt schon wieder nur Non-Rare-Spieler. Ich hab kein Geld für weitere FIFA-Points und mein Team ist einfach nur Müll. Meine Münzen sind auch am Ende und... Mann, ich würd so gern EA-Partner sein. Die würden mir FIFA-Points geben und immer den besten Spieler aus dem Team of the Week. Oh man, wär das schön. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von FIFA Germany. Moin, ich bin Malte und heute zeige ich euch, wie man EA-Partner wird. Ja, meine lieben Freunde, diese Frage wird oft gestellt. Mann, ihr seht es auch bei den deutschen YouTubern. Die werden von EA gesponsert, bekommen FIFA-Points, immer den besten Spieler und so weiter. Das hätte man natürlich auch richtig gerne selbst bei sich auf seinem Account. Und heute erkläre ich euch, was ihr alles dafür tun müsst, um EA-Partner zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß. So, meine lieben Leute, der erste Punkt ist es, ihr müsst mehr als 100.000 Abonnenten auf YouTube haben. Erst dann wird EA sozusagen auf euch aufmerksam und wird euch benachrichtigen. Daher ist es nicht möglich, EA anzuschreiben und zu sagen, ey, ich hab jetzt, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten, nimmt mich sofort unter Vertrag, sponsert mich. Nein, das ist nicht möglich. EA wird euch schon anschreiben. Das ist dann eher eine Glückssache, ob sie euch dann anschreiben oder nicht. Natürlich ist, jetzt schlage ich schon das Mikro, natürlich ist es wichtig, ihr dürft keine Werbung für Coinsanbieter machen. Es gibt natürlich ein paar, ich zähle die jetzt mal nicht alle auf. Auf jeden Fall, EA will das natürlich nicht sehen. Die möchten natürlich, dass man sich weiterhin die FIFA-Points kauft und deswegen ist das natürlich dann untersagt. Ein sehr gutes Plus von EA ist es dann natürlich, dass es trotzdem die Meinungsfreiheit gibt. Das heißt, die YouTuber dürfen sagen, dass die Packs scheiße sind, haben auch die Chance, EA ein paar Vorschläge zu machen, wie sie das Spiel oder speziell FIFA oder irgendwas besser machen können. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Also so stehen die YouTuber immer im engeren Kontakt, auch mit EA. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich stark. Weiter geht es dann damit, was bekomme ich als EA-Partner? So meine Lieben Leute, was bekommen EA-Partner? Ja, das ist ganz klar, die FIFA-YouTuber bekommen natürlich gestellt die ganzen FIFA-Points, womit sie FIFA-Pack-Openings oder einen Fooddraft und so weiter machen können. Und ganz besonders ist, sie bekommen auch die drei besten Spieler aus dem Team of the Week, wenn da jetzt Messi, Ronaldo und Ibra drin sind, werden die als nicht tradable Spieler auf ihrem Account rübergeladen. Und damit können sie dann, keine Ahnung, Squad-Bilder oder sonstiges machen, können damit auch spielen, aber sie können sie natürlich nicht verkaufen. Und was auch noch cool ist, sie werden halt zu den EA-Events eingeladen. Und ich komm, das möchte doch jeder, oder? Weiter geht es dann damit, wer ist überhaupt aus der deutschen FIFA-Szene, deutschen FIFA-Community EA-Partner? Die kann ich euch jetzt einmal aufzählen. Seht ihr auch, äh, seht ihr auch, äh, spiegelverkehrt. Seht ihr hier unten eingeblendet? Mit dabei sind viel FIFA, Hamburger Youngstars, Badeschlappen, PMTV, Phoenix FIFA und B-Part Gaming, die werden von EA sozusagen gesponsert, sind EA-Partner und das ist auf jeden Fall schon ziemlich stark. Und hier seht auch alle, die haben alle über 100.000 Abonnenten und, äh, ist auf jeden Fall eine ziemlich korrekte Sache. Ja, Freunde, also ist es leider nicht für den Normalverbraucher von FIFA möglich, einfach so EA-Partner zu werden. Dafür muss man schon einen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten haben und natürlich erstmal die Anfrage von EA bekommen. Aber was ihr machen könnt, um euch so ein bisschen als EA-Partner zu fühlen, ist es natürlich, die FIFA 17 Deluxe Edition vorzubestellen. Das ist jetzt keine Produktplatzierung. Ich empfehle es euch einfach nur, weil es dieses Jahr einfach Hammer wird. Und zwar, was dabei ist, seht ihr hier. Ich muss jetzt ein bisschen nach rechts gucken, weil da ist mein PC. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht in die Kamera gucken kann. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal also ablesen. Oh Mann, das ist ganz schön weit weg. Ich habe meine Brille gar nicht auf. Okay, also ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ihr diese Super Deluxe Edition von FIFA 16 bestellt, auf jeden Fall 40 Jumbo Premium Gold Packs innerhalb von 20 Wochen jeweils zwei Stück. Und ihr bekommt noch über 20 Wochen jeweils drei Spieler aus dem Team of the Week. Bekommt natürlich dieses richtig geile Trikot, was ihr da unten seht. Das sieht auf jeden Fall richtig fresh aus. Allein dafür würde ich mir schon die Super Deluxe Edition bestellen. Und ihr kriegt dann geliehene Spieler, acht Stück, um genau zu sein. Zum Beispiel Hazard, was weiß ich, James Rodriguez und so weiter. Womit ihr dann am Anfang erstmal spielen könnt, damit ihr überhaupt Spiele habt, die irgendwas auf den Kasten haben. Und ja, meine lieben Leute, ich werde mir die Super Deluxe Edition auch holen. Links dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. Habe ich euch mal verlinkt, falls ihr euch das auch bestellen möchtet. Ich werde mir nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt zum kommenden Sommer, meine PS4 auch verkaufen an meinen guten Kumpel Moritz. Und dann werde ich mir eine Xbox holen. Das heißt, wir werden dann auf der Xbox auch Wager-Matches und alles andere gegen andere FIFA-YouTuber machen. Deswegen, wenn ihr ein FIFA-YouTuber seid mit einer Xbox, schreibt mich auf jeden Fall an. Ich habe richtig Bock, mal dann gegen euch zu spielen, wenn ihr dann verlieren möchtet. Nein, Freunde, das war nur ein kleiner Scherz. Ich werde mir aber natürlich eine Xbox holen und diese Super Deluxe Edition. Und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Jetzt seid ihr auf jeden Fall besser informiert. Ein Abo würde uns sehr freuen. Schaut bei unserer Facebook-Seite vorbei. Wie gesagt, die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag, Freunde. Lasst ihn baumeln, haut rein und ciao!